Kommen wir hier. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Wo geht sie? Wo geht sie? Der hat sie umgeschüttet mit dem Tier. Mit dem Stofftier. Das andere war ein Tiger. Das war ein einsamer Tiger. Der spielt mit seinem Päckchen. Jetzt fährt der Ostern die Päckchen nicht rum. Sehr gut. Das war ein exterunden. Ja. Die Päckchen. Der ist ein Exterpen. Vielen Dank.